Ihr seid ja bei Amnesty aktuell und heute geht es bei uns um das Thema Intersex. Aber eine kurze Pause dazwischen mit Juliane, die euch erst einmal News rund um die Welt präsentiert. Amnesty News, Südsudan. Seit Ausbruch des bewaffneten Konflikts 2013 grassiert sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Auf diese massiven Menschenrechtsverletzungen machte Amnesty International anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November aufmerksam. Im Bericht Do not remain silent, survivors of sexual violence in South Sudan, call for justice and reparations dokumentiert Amnesty International in Kooperation mit zehn südsudanesischen Menschenrechtsverteidigerinnen, die von der Regierungsarmee wie Oppositionsgruppen gleichermaßen verübte Gewalt. Interviewt wurden 168 Betroffene von sexualisierter Gewalt, darunter auch 16 Männer, in unterschiedlichen Regionen des Südsudans sowie in Flüchtlingslagern in Norduganda. Einer Untersuchung des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen zufolge waren 2015 bereits 72 Prozent der in Lagern nahe der Hauptstadt Juba lebenden Frauen vergewaltigt worden. Motono Van Jeki, Leiter des Ostafrika-Programms von Amnesty International, konstatiert, dass es sich hierbei um geplante, massive sexualisierte Gewalt handelt. Frauen wurden von mehreren Männern vergewaltigt, mit Stöcken missbraucht und mit Messern verstümmelt. Eine der Frauen berichtete Amnesty International, dass sie nun HIV-positiv sei. Andere Frauen leiden unter Fisteln und Inkontinenz. Einige der vergewaltigten Männer wurden infolge der Übergriffe impotent. Viele Überlebende leiden unter Albträumen, Erinnerungslücken, Konzentrationsstörungen und Selbstmordgedanken, typische Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Van Jeki berichtet, dass die Betroffenen ein Leben lang unter den körperlichen und psychischen Folgen dieser Menschenrechtsverletzungen leiden werden. Viele Überlebende wurden zudem von ihren Familien verstoßen und werden von der Gemeinschaft stigmatisiert. Die Übergriffe finden bei Angriffen auf Dörfer, entlang von Straßen, nach Entführungen oder in Haft statt. Betroffen sind auch ältere Frauen, Mädchen und Schwangere. Die Behörden versagen dabei, die Bevölkerung zu schützen, die Gewalt zu untersuchen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Gründe hierfür sind fehlende Ressourcen in der Justiz sowie das Fehlen eines klaren politischen Bekenntnisses zur Verfolgung sexualisierter Gewalt. Die Betroffenen benötigen Hilfe, um ihre körperliche und psychische Gesundheit wiederzuerlangen. Die medizinische Versorgung ist jedoch mangelhaft. Gerade in ländlichen Regionen ist die nächste Gesundheitseinrichtung oft weit entfernt und der Weg dorthin unsicher. Auch das Stigma von sexualisierter Gewalt betroffen zu sein, hindert die Menschen daran, sich Hilfe zu suchen. Libyen CNN veröffentlichte vergangene Woche ein Video auf einem Sklavenmarkt in Libyen, das zeigt, wie große, starke junge Männer für Farmarbeit für umgerechnet 400 US-Dollar pro Person verkauft wurden. Diese Aufnahmen müssen ein Weckruf für Staats- und Regierungschefs in Europa und Afrika sein. Absprachen mit Libyen, die verhindern sollen, dass Migrantinnen und Flüchtlinge das afrikanische Land verlassen, führen nach Ansicht von Amnesty International zu eklatanten Menschenrechtsverstößen. Am 29. und 30. November fand in Abidjan in der Elfenbeinküste das fünfte Gipfeltreffen zwischen der Afrikanischen Union und der Europäischen Union statt. Angesichts der Enthüllung sagte John Dalhüsen, Experte für Europa bei Amnesty International, vor Beginn des Gipfels, dass die Aufnahmen, wie Menschen von anderen Menschen versteigert werden, erneut zeigen, in welcher furchtbaren Lage sich diejenigen befinden, die in Libyen festsitzen. Dies sei jedoch laut Dalhüsen nichts völlig Neues, da Amnesty International bereits seit Jahren dokumentiert, dass Flüchtlinge und Migrantinnen in Libyen häufig willkürlich inhaftiert, ausgebeutet, erpresst, gefoltert, vergewaltigt und getötet werden. Die Migrationspolitik der EU legt derweil ihren Schwerpunkt zunehmend darauf, Flüchtlinge und Migrantinnen an der Einreise in Europa zu hindern, wohl wissend, dass dies der Misshandlung von hunderttausenden Frauen, Männern und Kindern Vorschub leistet, die dadurch anderswo festsitzen. Die libyschen Behörden sind verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlingen und Migrantinnen. Indem die EU-Länder, insbesondere Italien, mit Libyen zusammenarbeiten und das Land mit Geldern und Ausrüstung ausstatten, machen sie sich zu Komplizen dieser Menschenrechtsverletzungen. Amnesty International fordert von der EU und den Mitgliedstaaten, dass diese mehr sichere und legale Zugangswege für Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.